Wenn wir das Thema Diäten wirklich angehen, dann ist es enorm wichtig, dass wir eine Vorstellung haben von der Evidenz klinischer Daten oder wie stichhaltig ist das eigentlich, dass wir eine spezielle Therapie zum Beispiel empfehlen. Dazu gehen wir zurück nach London vor knapp 100 Jahren. Ich hatte dieses Bild schon mal gezeigt in einem anderen Video. Da ging es auch um Alexander Fleming oder der Vollständigkeit halber Sir Alexander Fleming. Und Sir Alexander Fleming war so richtig sickig, weil er gesehen hatte, dass in seinen schönen Bakterienkulturen Schimmelpilze gewachsen waren und von den Bakterien nicht mehr viel übrig waren. Und es dauerte nicht so lange, bis man aus den Schimmelpilzen das Penicillin isolieren konnte. Und hier müssen wir uns ganz kurz klar machen, womit wir es genau zu tun haben. Wir haben hier eine sogenannte präklinische Entdeckung, nämlich, dass die Bakterien durch die Schimmelpilze abgetötet werden. Ein Schelm, wer dann denkt, vielleicht könnte man das ja auch für bakterielle Infektionen von Menschen einsetzen. Und das wissen Sie, das kam auch so, dass Penicillin wirklich eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hatte und man sehen konnte, dass es in der Tat möglich war, die Ergebnisse, die man von Flemmings Versuchen gesehen hatte, nämlich, dass die Schimmelpilze die Bakterien töten können, auch beim Menschen einsetzen kann. Das ging aber nicht sofort. Das kam eigentlich erst 1944 auf, also 16 Jahre nach der Entdeckung. Das heißt, 16 Jahre hat man gebraucht, um die Herstellungsprozesse so zu generieren, dass man mit Penicillin Menschen helfen kann. Wir gehen nochmal ein paar hundert Jahre weiter zurück, nämlich vor knapp 300 Jahren in die peruanische Hauptstadt Lima. Und in Lima, da wohnt Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla. Und wer so einen Namen trägt, muss natürlich wichtig sein, das war der Vizekönig in Peru. Um den geht es aber heute gar nicht in diesem Video, sondern es geht um seine Frau, Anna Osorio Manrique, Fürstin von Chinchon. Leider existieren von dieser Dame keine Bilder, deswegen müssen sie mir einfach glauben, wenn ich jetzt mal plakativ behaupte, Anna Osorio Manrique war krank. Die hatte sich 1632 mit einer Malaria infiziert, hat unter Fieber gelitten, baute immer weiter ab, Gewichtsverlust wurde immer schwächer und ihr einflussreicher Mann machte das einzig Richtige, er fragte mal in seinem bekannten Kreis rum, was man da wohl machen konnte. Und er wird bei einem Jesuiten fündig, der gesagt hatte, Och, eigentlich nicht so wild. Ich kenne ein paar Einheimische hier, die nehmen immer die Rinde eines Baumes, des sogenannten Chinabaumes und dann geht das Fieber weg. Also nahm Anna Osorio Manrique Extrakte, ich glaube es waren Aufgüsse der Chinabaumrinde, wurde gesund, ging zurück nach Spanien mit einer ganzen Tasche voller Chinarindenbaum und wurde eine reiche Frau, weil sie das überall verkaufte. Man sollte später, aber kommen wir gleich noch genauer zu, dahinter kommen, dass der wirksame Bestandteil des Chinarindenbaumes das Chinin ist. Und Chinin ist ein ähnlich wichtiges Arzneimittel wie das Penicillin in der, um das mal ein bisschen unbescheiden zu sagen, Geschichte der Menschheit. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wo ist der Haken an dieser ganzen Geschichte, dann würden Sie sagen, das ist alles zu schön und zu glatt, um wahr zu sein. Und leider, leider ist es auch so. Man hatte im späteren 17. Jahrhundert die Tagebücher von Luis Jeronimo Fernandez entdeckt und da war dokumentiert, dass Anna Osorio Manrique, seine erste Frau, niemals in Südamerika war, sondern 1629, also drei Jahre vor dem Ereignis hier, verstorben war in Spanien. Seine zweite Frau war sehr wohl mit in Südamerika, hatte aber mit Fieber nichts am Hut. Der ging es sehr gut, bis sie später dann in Cartagena in Kolumbien verstarb, nie wieder nach Spanien zurückkam. Und der gute Herr selbst, der litt permanent unter Fieber, der hatte mit Malaria etc. zu kämpfen, Der kam aber nie in den Genuss des China-Rinden-Baumes. Jetzt kann man sagen, wie kommen wir dann überhaupt auf diese Geschichte? Die ist so verbürgt in dem Werk eines Sebastiano Bardo, eines Jesuiten, der viel von dieser Geschichte erzählt hatte. Wir haben hier also etwas anders als bei der Penicillin-Geschichte, die Umstände, dass etwas als Arzneimittel, als Heilmittel anerkannt ist, weil es über einen großen Erfahrungsschatz angewandt wurde und da offensichtlich Wirksamkeit gezeigt hatte. Hier steht so schön Chenin, aber da muss ich Ihnen sagen, Chenin als chemische Struktur wurde erst 200 Jahre später entdeckt beziehungsweise beschrieben. Das konnte man im 17. Jahrhundert noch nicht. Das heißt, wir haben hier 200 Jahre Medikamenteneinsatz, ohne genau zu wissen, was dahinter steckt und wie das wirken kann. Einfach nur in Anführungszeichen mit der Erklärung, es wirkt halt. Und diese beiden Fälle, das Penicillin und Chenin, das würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Wir hatten beim Penicillin ganz klar eine wissenschaftliche Grundlage. Man hat wissenschaftlich gesehen, Schimmelpilze töten Bakterien. Also versuche ich, aus diesen Schimmelpilzen in irgendeiner Form ein Medikament zu erstellen, was dann im Optimalfall Bakterien im Menschen tötet. Demgegenüber hatten wir bei der Chenin-Geschichte eine klinische Grundlage. Die Einheimischen wussten schon lange in Peru, dass man die Rinde des Baumes verwenden kann, um Malaria oder Fieberzustände zu behandeln, ohne dass man wusste, woran es genau lag. Und diese beiden extremen Pole, Wissenschaft versus Klinik, die gibt es bis heute. Bis vor gar nicht so langer Zeit ging man davon aus, dass die zwei komplett unterschiedliche Sprachen sprechen und es sowas wie eine Übersetzung, eine Translation dazwischen geben muss. Es ist so ein bisschen alter Hut, weil wir mittlerweile eigentlich auch den Berufszweig des klinischen Scientist haben, also des klinischen Wissenschaftlers, der beide Pole sozusagen zusammenfasst. Nichtsdestotrotz werden sie das Wort Translation oder translational sehr, sehr häufig finden. Ich muss da ja auch kleinlaut sagen, mein Twitter-Account beruht auf diesem Wort. Hypothetisch, wenn sich wie beim Penicillin diese wissenschaftliche Grundlage oder diese wissenschaftliche Erkenntnis bis hin zur Klinik durchsetzt, sprechen wir auch von Bench to Bed. Also von Bench to Bed ist, wenn man so will, der Optimalfall, von dem alle Wissenschaftler träumen. Andersherum, wenn erst die Klinik da ist und vielleicht 200 Jahre später entdeckt wird, wie diese Klinik zustande kommt oder wie das Mittel eigentlich wird, sprechen wir von Bed to Bench. Gucken wir uns das mal für die Krebstherapie an. Ich habe hier ZT, zielgerichtete Therapie, CT, Chemotherapie und IT, Immuntherapie. Für die zielgerichtete Therapie haben wir den Schwerpunkt ganz klar in der wissenschaftlichen Grundlage, wobei ich Ihnen nicht verheimlichen möchte, dass erst durch den Einsatz von zielgerichteter Therapie nicht zielgerichtet man zu den Erkenntnissen kam, Mutationen entdeckt hatte und gesehen hatte, dass man diese Mutationen spezifisch hemmt. Aber spätestens von da an hat man das dann wirklich so gemacht, dass man wirklich sich die Mutationen angeguckt hatte und die Arzneimittel dahingehend entworfen hat. Bei der Immuntherapie hatte ich schon mehrfach gesagt, haben wir Probleme überhaupt Marker zu finden oder wissenschaftliche Grundlagen zu haben, wann ein Patient sehr gut davon profitiert und wann eben nicht. Da ist hier sind wir im gegenteiligen Ansatz. Hier haben wir was, was ziemlich gut funktioniert, was auch ziemlich häufig ziemlich gut funktioniert, wo uns aber so ein bisschen die Argumente ausgehen, warum dem so ist. Die Chemotherapie, die dümpelt irgendwo so ein bisschen dazwischen rum. Da gab es anfangs wissenschaftliche Grundlagen, wo man sich überlegt hatte, ob das was mit Folsäure zu tun hat und Folsäure ersetzen muss. Dann gab es auch die Überlegung, dass man womöglich irgendwelche Proteinstrukturen in sich teilenden Zellen zerstört oder angreift. Und letztlich sah man ja die ersten Fälle von sogenannten Remissionen von Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie als klinischen Beweis an, dass man auf dem richtigen Weg ist. Um aber jetzt zum Kern dieses Videos und auch des nächsten Videos, nehmen wir eine starke wissenschaftliche Grundlage und eine starke klinische Grundlage, kommen wir zur sogenannten Evidenz. Also mit welchem Nachdruck kann ich wirklich sagen, diese Therapie, Therapie A ist besser als Therapie B oder ist das Beste, was man machen kann, Das verstehen wir unter Evidenz. Da sind natürlich die klinischen Studien über allem. Das sind erstmal in der Theorie die höchsten Güter der Evidenzgenerierung in der Onkologie. Was jetzt, wenn die wissenschaftliche Grundlage nicht da ist oder unbekannt ist? Dann kann man sagen, ist es eigentlich nicht schlimm. Klinik sticht immer Wissenschaft. Also wenn die Klinik eindeutig zeigt, dass etwas gut ist, ist die wissenschaftliche Grundlage fast egal. Also in diesen Fällen würde man ganz klar sagen, klinische Grundlage wichtiger. Wenn ich eine Studie habe, in der ich sehe, die Patienten leben länger unter einer Therapie, muss ich nicht zwingend wissen, wie die Therapie funktioniert. Was aber jetzt, wenn uns die klinische Grundlage flöten geht, dann haben wir offensichtlich ein Problem. Und das ist jetzt nicht unbedingt auf die Diäten gemünzt, sondern soll nur vorab schon mal dargestellt werden. Dann geht uns natürlich die Evidenz flöten. Das heißt, da war vielleicht eine klinische Studie, die ist aber negativ ausgefallen, im Sinne von hat nichts gezeigt oder hat Schlechteres gezeigt, als man initial erwartet hatte. Dann ist man da komplett weg. Und dieses Problem haben wir halt bei den fragwürdigen Therapien und auch bei der einen oder anderen Diät, wo man sich ganz klar die Frage stellen muss, was nun? Also wir sehen uns nochmal lifelle Ciao. Ciao. Ciao.